Und das ist erstmal das Minimum, was wir machen sollten. Es braucht Austauschformate für die einzelnen Marketing-Experten, damit sie einfach gucken, was machen wir. Ziele pro Kanal erstmal zu definieren, hat seine Daseinsberechtigung. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir schauen, ist alles, was wir im Online-Marketing tun, auf ein Ziel ausgerichtet und erreichen wir dieses Ziel auch. Und häufig ist es so, wenn wir primär auf den Kanal schauen, dann optimiert jeder Kanal für sich und kommt auf eigene Gedanken. Um ein Beispiel zu nennen, ich hatte einen Kunden, die haben im Paid-Bereich sehr starkes Wachstum gehabt über das Thema damals Bitcoin, NFTs, was es halt da so gab. Das war aber halt eine rein dedizierte Kampagne aus diesem Paid-Team heraus. Die anderen Teams kamen gar nicht auf die Idee, auch mal für dieses Thema Leute einfach anzusprechen. Von daher war es einfach nicht miteinander verknüpft. Und die Überlegung ist halt immer, wenn wir nicht den Kanal in den Fokus stellen, sondern unsere Zielgruppe und die Themen, die wir bespielen wollen, dann kriegen wir halt ein konsistenteres Marketing halt insgesamt hin. Und wir sagen halt letztendlich ja dann nicht mehr, die Zielgruppe ist letztendlich nur in einem Kanal unterwegs, sondern wir fokussieren uns einfach auf die Zielgruppe insgesamt und sagen, die hat halt verschiedene Medien, die sie benutzen, die hat verschiedene Arten, wie wir sie erreichen können, aber es ist am Ende immer noch dieselbe Zielgruppe. Und sie ist halt letztendlich nur in einem Kanal aktiv, aber halt noch in ganz, ganz vielen anderen. Von daher her zu überlegen, wie wollen wir insgesamt auftreten, was sind die Botschaften, wo gehen wir mit was eigentlich rein, das ist aus meiner Sicht wesentlich zielführender, als primär darauf zu schauen, wie der Kanal zu performen hat. Wenn ich den Kanal in den Vordergrund stelle, entdecke ich sehr häufig in Unternehmen, dass halt Lücken da sind, also dass thematisch einfach Dinge nicht abgedeckt sind oder halt nur in einzelnen Kanälen abgedeckt sind. Und da ist letztendlich viel Verlust letztendlich zwischen den einzelnen Kanälen vorhanden. Also wenn wir es schaffen, einen Austausch zu haben zwischen den einzelnen Kanälen, dann bekommen wir einmal ein konsistenteres Marketing insgesamt hin und wir bekommen halt auch eine inkrementelle Verbesserung hin, weil halt einfach die Teams zusammen drauf schauen, hey, wir wollen Leute für das Thema, welches Thema auch immer, erreichen. Wie machen wir das am besten? Wie sieht der Kanalmix aus? Wie viel können wir uns insgesamt an Kosten leisten? Wie wollen wir halt rausgehen von den Werbebotschaften? Was soll auf der Seite drauf sein? Was soll halt nicht auf der Seite drauf sein? Und wenn wir halt die Expertise von unterschiedlichen Online-Marketing-Spezialisten zusammenbringen, dann entsteht da aus meiner Erfahrung etwas Besseres, als wenn jeder für sich gewurstelt, der macht Thema A, der macht Thema B, der weiß das nicht vom anderen, der brieft das an die Grafik, der brieft das an die Grafik. Und wenn wir halt einfach sagen, hey, lass uns zusammenschauen, welche Assets, welche Bilder brauchen wir, welche Bildsprache brauchen wir, dann kommst du halt ins Testen und dann über das Testing halt immer weiter in eine Verbesserung rein und dann nimmst du am Ende des Tages halt auch mehr ein. Ich bin ja von Haus aus Suchmaschinenoptimierer und der Suchmaschinenoptimierer stellt halt sehr schnell fest, dass er sehr viele Dinge nicht alleine umsetzen kann. Er braucht halt den Kontakt zum Content-Team, er braucht letztendlich die Daten von der Web-Analyse, er braucht vielleicht eine schnellere Webseite und so weiter und so fort. Von daher ist halt ein SEO meistens halt prädestiniert, dazu sich eher Gedanken zu machen, was passiert insgesamt auf der Seite, was ist die Nutzererfahrung auf der gesamten Seite. Und mit dem Wissen bin ich dann halt so ein bisschen in dieses Thema insgesamt halt reingerutscht, dass ich halt mir die Frage gestellt habe, warum sind die Fragen, die wir aktuell an Teams stellen, immer bezogen auf den Kanal? Also wie können wir letztendlich Ranking verbessern für X, wie können wir letztendlich mehr Traffic einkaufen über Kanal Y? Und wir müssen aus meiner Sicht halt immer das übergeordnete Ziel erst mal kennen, weil wir dann auch erst anfangen können zu optimieren, dass wir dann halt erst mal sehen, was suchen denn die Leute dort draußen. Um es halt mit einem Beispiel zu beschreiben, ich unterstütze gerade einen Verlag, der bietet ein Tagebuch an. Und die haben halt angefangen, sehr viele, ja letztendlich ein bisschen weiter weg stehende Themen zu bedienen. Also es kann halt sein, Podcast zum Thema Wissen, Top-Podcast zum Thema, was auch immer wir uns da halt vorstellen können. Was ihnen aber gefehlt hat, war eigentlich der Kern, weil sie hatten zwar eine Seite zum Thema Tagebuch, aber für wen ist das Tagebuch? Zum Beispiel Tagebuch für Erwachsene, das ist halt ein anderes Thema, es braucht eine andere Ansprache. Oder es ist ein Achtsamkeitstagebuch, auch dort muss ich letztendlich halt dieses Bedürfnis aufnehmen und mein Produkt anders darstellen. Und das sind halt quasi kleine Hebel, die aus meiner Sicht einen großen Effekt halt danach haben, weil wir halt einfach gesamthafter drauf schauen, was interessiert unsere Zielgruppe, das in unsere Werbebotschaften einfach mit integrieren und dann bessere Ergebnisse erzielen, weil wir halt die Leute abholen mit den Bedürfnissen, die sie haben, die sie halt in irgendwas halt einfach versuchen auszudrücken, ob es Suchanfragen sind oder Interessen. Es hängt halt sehr stark an den Fragen. Also die Fragen, die ich stelle, haben einen gewissen Einfluss immer auf die Antworten, die ich bekomme. Und wenn ich mit meinen Teams einfach immer nur One-on-One pro Kanal habe, also halt sagen, montags schauen wir uns die SEO-Performance an, Dienstag ist SEA dran, mittwochs ist E-Mail-Marketing, dann findet ja kein Austausch zwischen den Teams statt. Und das ist erstmal das Minimum, was wir machen sollten. Es braucht Austauschformate für die einzelnen Marketing-Experten, damit sie einfach gucken, was machen wir. Der einzige Vorteil, den dann halt so eine Ein-Person-Marketing-Team-Rollen halt haben, die kümmern sich um alles. Also sie wissen, was insgesamt passiert. Aber wenn die Organisationen ja größer werden, dann sagen wir, wir brauchen einen Spezialisten hierfür und wir brauchen einen hierfür. Und das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Wir brauchen die Spezialisten halt nachher nach wie vor. Aber wir brauchen vor allem Formate, in denen sie sich austauschen, in denen sie halt einfach gemeinsam überlegen, was können wir denn besser machen? Was können wir vielleicht austesten? Welches Wording können wir halt austesten? Wie soll die Nutzererfahrung auf der Seite sein? Muss unsere Seite schneller sein? Oder was passiert denn, nachdem jemand auf dieser Seite halt war? Weil, das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, es ist häufig der Suchmaschinenoptimierer, der am ehesten danach guckt, was passiert denn nachher? Also was passiert, nachdem jemand auf dieser Seite eingestiegen ist? Was können wir ihm danach denn einfach anzeigen? Die meisten anderen Kanäle sind ja sehr stark darauf fokussiert, Umsatz auf den ersten Klicks zu holen. Also halt einfach einen Nutzer zu akquirieren auf die Seite und er soll konvertieren. Das passiert aber manchmal halt gar nicht, weil sie halt noch weitere Informationen brauchen. Und da halt einfach die Köpfe zusammenzustecken, Formate zu haben, Austausch zu haben, das hilft halt so einen gesamthaften Blick auf das Thema zu bekommen und dann halt einfach voneinander zu profitieren. Ich habe das ausprobiert, ich habe das mit dem Wording versucht. Wir haben halt hier eine emotionalere Ansprache gehabt, wir haben halt hier eine direkte Ansprache gewählt. All das sind halt Erfahrungspunkte, die die verschiedenen Disziplinen sammeln. Und wenn die in einen Korrtopf reingeworfen werden, verrührt werden und dann halt einfach rauskommen, dann entsteht aus meiner Sicht halt was Großes. Von daher kurz und knapp nochmal die Antwort auf deine Frage, Austauschformate, Austauschformate, Austauschformate. Und dann halt auch dieses übergeordnete Ziel, als primäre Kennzahlen das Meeting mit reinzunehmen. Also zu sagen, hey, ja, wir erwarten vielleicht im Kanal Google Ads so und so viel Umsatz für das Jahr. Das würde ich an der Stelle erstmal rausstreichen und halt sagen, wir wollen für Kunden zum Thema, keine Ahnung, Möbel, Traffic einkaufen für maximal x Euro pro Conversion. Für das Thema TV-Geräte ist es davon die Hälfte und so weiter. Schaffen wir das? Und wie können wir vielleicht den Kanalmix anpassen? Oder wie können wir die Werbebotschaften anpassen? Oder das Targeting anpassen? Ja, da kommen dann letztendlich aus meiner Sicht die Erfolge halt nachher raus. Ich kann immer im Kleinen beginnen. Also ich kann letztendlich hergehen und sagen, hey, ich bin verantwortlich für den Kanal, für den Kanal. Lass doch mal gucken, was wir gemeinsam haben, wie wir jetzt gerade nach außen auftreten, wie wir kommunizieren. Lass einfach da profitieren. Am Ende, es hängt immer ein bisschen an der Struktur. Wenn es halt ein großes, gewachsenes Team gibt, dann gibt es ja immer einen Verantwortlichen. Und der Verantwortliche hat aus meiner Sicht dann auch die Verantwortung, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann halt zu sagen, okay, vielleicht war ich jetzt bisher ein bisschen auf dem Holzweg, habe das rein auf die Performance in dem Kanal runtergebrochen. Lass uns halt erstmal diese großen Themen, den großen Austausch langsam initiieren, gucken, dass wir halt eine Regelmäßigkeit halt reinbekommen. Und dann den Fokus weglegen vom Kanal hin zu, wo stehen wir halt gesamthaft. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dich tot wächst. Also das bedeutet, du gibst halt immer mehr Geld aus, steigerst aber nicht die Effizienz in deinem Marketing. Und dann kann das halt für den Kanal betrachtet super positiv sein, aber es hat halt meistens Abstrahlungseffekte auf andere Kanäle. Speziell halt im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise Suchmaschinen insgesamt. Das heißt, wenn dort das Pay-Team hergeht und die Gebote erhöht für die ganzen markenbezogenen Suchanfragen oder dort mehr Anzeigenerweiterungen halt schaltet, hat das einen Einfluss auf die organische Klickrate. Und die Frage ist ja nachher, hat das für uns, war das eine positive Investition oder halt nicht? Und wenn da halt rauskommt, nein, da muss ich vielleicht dem SEA-Team sagen, okay, reduziert das Ganze, weil den Traffic fangen wir an anderer Stelle auf. Aber es ist unser gemeinsames Ziel. Es geht nicht darum, du gegen die, sondern wir sitzen in einem Boot und wir werden halt nur erfolgreich, wenn alle anfangen zu rudern und wir halt zusammen mit dem Geld, das wir ausgeben können, den Ertrag Y schaffen, damit halt alle letztendlich hier in Lohn und Brot stehen können. Das Schöne ist, ich habe ja einen sehr speziellen Namen. Es gibt nicht so viele Stefan-Zichs in der Welt, ja. Von daher, wenn ihr nach mir sucht, werdet ihr mich finden. Ihr könnt mich anschreiben bei LinkedIn oder über meine Webseite oder auf irgendwelchen Konferenzen, auf denen ich aktiv bin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020